Hallo meine Liebe, heute haben wir mal umdisponiert. Normalerweise mache ich die Videos am Freitagabend, aber heute ist mal Sonntagmittag, kurz vor dem Essen. Der Grund, wir haben ein interessantes Fläschchen Wein gefunden und das Schöne an dem Video oder generell an der Idee mit den Videos ist, dass ich halt selber immer ausprobiere. Ein schönes Fläschchen Rotwein von Bierzo. Bierzo ist ein Anbaugebiet wie auch sein Name dann sagt von der Zona Bierzo. Eine kleine Gegend in Kastilien und Leon, bergige Gegend und ein Wein, der eigentlich nicht so bekannt ist. Das ist ja auch mal interessant, dass man mal das Zimmer was entdeckt. El Bierzo. Heute sprechen wir über einen auch wieder 14%igen, also relativ starken Rotwein. Und ja, wie es halt so ist in den letzten Jahren, es kommen kleine Bodegas wieder raus, auch in der Herkunft, in der D.O. Bierzo. Aber es sind inzwischen bis so, ja, bis so 70, 80 Bodegas vereint. Ja, kein Vergleich zu den tausenden von Hektolitern, die da in der Rioja. Und dann haben wir ja letztens noch darüber gesprochen, in den Invasionsgebieten, in Rioja, fast von Saragossa bis was der Teufel. Nein, hier sind wir ganz klar, in einer kleinen Gegend, schöne Gegend, bergige Gegend in Kastilien und Leon. Und da gibt es die Bersio. Eigene Traubensorte, Mencia, also wirklich autoktone Traubensorte. Und die werden wir heute mal testen. So, meine Lieben. In diesem Fall ein sehr dunkler Rotwein, ja. Wenn man sieht, geht es nicht so da. Also keine, ja, ich würde sagen, dieses Kirschrote, dieses richtig dunkle, ja. Schöne Farbe. 14 Grad, also auch wieder ein relativ schwerer Wein für den Rotwein, an der oberen Grenze. Und im Geschmack, das ist ein junger Wein, wir haben heute heute fruchtiger. Sehr angenehm. In diesem Fall ist es ein fruchtiger Wein, der aber auch durch die Schwere, er hat was von, ich würde sagen, ja, so reife Zwetschgen ein bisschen. Man merkt auch so ein bisschen diese, diese gute Erde, diese Bergerde in, 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 in Kastilien und Leon da. Wirklich, äh, wirklich, äh, zwischen Mittelmeer, zwischen Atlantik, haben sie da ein schönes Gebiet. Das schmeckt man raus, also es ist, es ist freudig. Aber, aber, aber auch schön schwer. Speziell halt für, für Fleisch, für, für einen schönen Brat, auch mal vielleicht fürs Wild, gerade bei, bei, bei Bückling oder in Deutschland, ne. Boah, toll. Aufpassen, Bierzo. In diesem Fall, Entrezepas. Entrezepas, tolle Wein, modern präsentiert. Auf Deutsch, Entrezepas, heißt eben zwischen den Reben. Und, äh, ja, zwischen den Reben wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch und, merkt euch, Bierzo, wenn es mal wieder einen gibt im Aldi, probiere. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017